Moin moin aus dem Schramberg. Moin moin. Heute geht es an die perfekte Kante, Lasche, Abklebeecke, wie auch immer, wenn ihr was selber ausbessern wollt, weil ich wurde immer öfter auf Instagram angeschrieben, Danny, wie kann man perfekt abkleben, um eine Gummilippe nach oben zu machen, um eine Felge abzukleben oder mal eine Ecke an der Stoßstange, wie man quasi nicht hart abklebt, sondern ausnebelt. Und da wie, wenn ich es auch mal machen möchte, quasi mit Sprühdosen oder Felgen lackieren. Aha, das ist mir neu. Musst ihr es heute mal machen, ne? Abkleben, die perfekte Kante. Ja, ich klebe immer ab, aber die perfekte Kante natürlich noch nicht. Ja. Genau, was haben wir vor? Was hat ein Kartenspiel? Die habe ich Vivian jetzt weggenommen, weil ich hasse Kartenspielen. Ja, ich liebe es und wehe, die kann man danach nicht mehr gebrauchen. Ne, heute zum Glück nicht, weil heute zeige ich ja nur, wie man perfekt abklebt, nicht wie man perfekt lackiert. Genau, und diese Felgen, diese brauchen wir jetzt, wenn wir quasi die Felgen neu mit Mattschwarz machen wollen oder mit Felgensilber, kann man damit super abkleben. Man kann es auch mit Klebewand machen, aber wir zeigen mal zwei Varianten. Hier haben wir zum Beispiel ganz viele Dicke, unterschiedliche. Genau. Das ist ja auch in Wagenfarbe, ne? Ja, genau. So, aber das ist anders. Das ist, das ist ja irgendwie, das hat ja Struktur oder so. Gewebe. Ich weiß nur, Gewebe. Das ist eigentlich aus dem Malerbereich. Also, unterschiedliche Hersteller haben unterschiedliche Farben. Und das nennt man Crepe? Ja, genau, Crepe-Band. Crepe-Band ist sehr, Crepe-Band ist sehr strukturiert. Das geht so. Dadurch kann man Crepe-Band quasi, können wir sehen, ich kann jetzt mischen, ziehen und kann das quasi, dadurch, dass es gekreppt ist, kann ich hier einen Radius rein machen. Ja, das sieht man ja auch. Das biecht sich ja auch richtig schön. Ja, da ist es eigentlich schon durchgezogen. Aber dadurch, dass es gekreppt ist, lässt sich das einziehen. Ist für Rundung sehr gut. Sind die alle gekreppt? Ne, ne, hier habe ich so ein feines, das ist sehr cool. Also, ich weiß von deinen Lackierungen immer her, dass, dass es auch nicht Wasser ziehen darf, ne? Also, das darf es auch nicht feucht werden, ne? Genau. Das ist die Problematik bei Crepe-Klebeband. Crepe-Klebeband ist, wenn man seitlich im Querschnitt guckt, ist es quasi so. Man kann es dadurch in die Länge ziehen. Hat natürlich so eine leichte Kapillarwirkung, dass Farbe immer unterzieht. Deswegen ist es so, das ist auch Papier-Filmband. Ne, ich sag mal Papier-Filmband. Das ist nicht gekreppt, sondern es ist glatt. Aber hier geht das schon gar nicht. Guck mal, das ist sehr steif. Das kann ich aber nicht um die Ecke ziehen. Das ist sehr gut, wenn man, das kam eigentlich ursprünglich von Teak-Möbeln, wenn man Teak-Möbel irgendwie lackiert oder Holz abklebt, da klebt das sehr gut drauf. Und das hat eine sehr scharfe Kante, weil die Farbe nicht unterlaufen kann. Hier kann sie überall unterlaufen. Dann ist die Eigenschaft noch unterschiedliche Kleber. Manche haben lösemittelhaltigen Kleber und manche haben einen Kautschuk-Kleber. Ich weiß jetzt gar nicht, was hier was hat, aber die Problematik ist, wenn wir jetzt auf die Felge gehen wollen, ist dieses zum Beispiel nicht so gut. Das klebe ich jetzt rauf, es hält jetzt einmal. Wenn ich aber runtergeklebe, kann es sein, dass es hier schon wieder lockert. Wie so auf der Felge oder ein Reifen? Obwohl, das hält doch ganz gut hier. Ich habe das eben schön vorgereinigt. Also das geht auch sehr gut. Es gibt aber welche, die halten auf Gummi gar nicht, weil so ein Reifen hat ja Weichmacher drin und löst sich dadurch mal schnell. Und ich glaube, das 3M Blau, ich glaube, das ist speziell für Gummidichtung und sowas. Ich glaube, das ist für Gummi ganz gut. Bei lösemittelhaltigen Klebern hat man die Problematik, weil Gummi ist ja immer Weichmacher drin. Und wenn es länger als einen Tag drauf ist oder teilweise sogar nur eine Stunde, das ist glaube ich bei dem hier der Fall, das ist ein lösemittelhaltiger Kleber bei dem hier. Das höre ich jetzt schon beim Abziehen, das hat einen sehr starken Kleber. Schwierigkeit ist aber, und das ist für jeden Lackierer nervig im Nachhinein oder auch für euch, wenn ihr mal was nachlackiert. Jetzt habe ich einen lösemittelhaltigen Kleber und die Weichmacher, die ausgasen, immer so ein bisschen. Das heißt, wenn ich das nach einer Stunde abziehe, habe ich wahrscheinlich überall Klebereste. Man sieht das, wenn man ganz dicht dran geht, sieht man schon hier, wie der Film immer so abreißt. Siehst du das? Ja, da kann ich ein Lied von singen, wie du in der Kabine stehst und am Fluchen bist. Genau, das heißt, ich schmeiße die weg, um die Klebereste abzumachen. Also sollte man gucken, dass man da das richtige Klebereste hat. Entweder für Gummi, für Lack, Reifen. Und da es auf Reifen oftmals schwierig ist, dass da was drauf haftet und es immer durchnebelt, kommen die Karten ins Spiel. Also entweder kann man hier, das kann beigehen, hier quasi hinter kleben. Man muss es immer nur so ein bisschen dahinter ziehen. Wenn ich dann aber einmal rumgegangen bin, kann es sein, dass ich das hier schon wieder löse. Das heißt, das Papier löst sich vom Reifen und kommt wieder gegen den Felgenrand. Und wenn man die Silber machen will, hat man hier so eine blöde schwarze Kante. Also, da kann es schwierig werden, aber du kannst es einmal halb rumkleben. Dann nehmen wir mal, welchen habe ich eben gesagt? Ich? Ja, jetzt kannst du mal, siehst du, reißt so zehn Zentimeter Stücke ab. Machst die mal hier so hinter. So. Und dann müssen wir irgendwie einen Rakel holen, dass wir da richtig reindrücken. Dann wirst du sehen, das ist die Variante eins. Mach mal. Und dann kommen die Karten ins Spiel. Dass wir quasi sauber die Felge am Fahrzeug lackieren können. Das habe ich ja. Oder am Fahrzeug, oder man kann es auch abbauen, wenn man jetzt nicht unbedingt den Reifen runterziehen will. Perfekt ist es natürlich, den Reifen runterzunehmen und dann zu lackieren. Aber für euch in der Garage oder in der Hobbywerkstatt. Ja, wenn man mal hier einen Kahnstein mitgenommen hat und mal schnell ein bisschen ausbessern möchte. Genau, ich hole da mal einen Rakel. Aber das machen ja die Männer nicht. Das sind ja immer die Frauen, die den Kahnstein mitnehmen. Das habe ich gehört. Ja, der ist auch der vermisst. Dann kann man auch eine abgelaufene Krankenkarte nehmen. Die schwarze Kreditkarte. Genau. Wichtig ist, dass es am Reifen drückt. Deswegen ist es wichtig, dass man das richtige Klebeband hat. Damit es auf Dauer auf dem Reifen kleben bleibt. Reicht, ne? Ja, einen halben Reifen mach mal. Das sieht aus wie Pflaster. Schön bisschen stramm halten, dass man so richtig, dass man reinkommt. Es ist nicht schlimm, wenn man den Reifen ansprüht. Sieht halt immer nur doof aus. Das fällt sich doch wieder ab. Ja. Oder nicht? Was meinst du jetzt? Jetzt hast du den halben Reifen gemacht. Was meinst du, wofür die Karten sind? Ne, die musst du da genau so unterstecken. Also ich würde die jetzt so... Ei, ei, ei. Wollen wir mal nicht sehen, ne? Also entweder... Also wenn die kaputt sind? Ja. Darum sage ich ja. Ne. Aber das geht schwierig, ne? Wobei... Genau. Steckst du jetzt Stück für Stück. Oh, die Herzen holen. Wenn man jetzt was für Sprühdosen machen will, oder es gibt ja auch diese Sprühgummis aus der Sprühdose, wenn man sagt, man will einen Farbwechsel machen, dann ist das so die optimale Lösung. Weil... Man hat eine saubere Kante nachher. Das ist ja echt geil, ne? Und bringt auch viel mehr Spaß als abkleben. Und stylisch sieht das auch noch aus. Genau. Und ihr werdet ein nerviges Spiel los. Ne, ne. Genau. Jetzt kann man ja nochmal beigehen und kann das nochmal abkleben, ne? Aber so, wenn das so alles so überlappt, also hier habe ich natürlich ein bisschen mehr Luft gelassen, aber dann... Genau, weil der Nebel geht quasi vom Auto weg. Langt. Langt? Ja. Ach das. Also haben wir jetzt einmal die Abklebevariante. Hier könnte man das so lassen. Allerdings, hier muss natürlich noch abkleben. Jetzt kann man natürlich acht Rollen Klebeband verbrauchen. Machen wir aber nicht, sondern da habe ich einen coolen Trick. Da rate ich euch. Da rate ich euch. Nimmt Papier. Gibt es auch im Baumarkt, glaube ich. Das ist ein Papier, das ist auf der einen Seite gewachst. Das merkt man. Fass mal an. Welche Seite meinst du es gewachst? Oder beschichtet? Die hier. Genau. Und das ist die Seite, wo Farbe quasi nicht aufgenommen wird. Ich würde kein Zeitungspapier nehmen. Man sieht das oft immer bei Instagram ja, dass die alles mit Zeitungspapier zupacken. Erstmal hat man bei Zeitungspapier die Druckerschwärze. Genau, bei Zeitungspapier hat man die Druckerschwärze. Kennt man, wenn man den ganzen Tag eine Zeitung gelesen hat. Man hat schwarze Finger. Und das kann sie auch abfärben. Gerade bei einer hellen Farbe oder sowas hat man die Druckerschwärze dran. Und das Papier saugt. Also wenn ich jetzt hier abklebe und haue hier viel Lack rüber, dann saugt das Zeitungspapier das auf und verklebt sie mit dem Lack. Und das ist total ätzend und ärgerlich. Also immer darauf achten, dass man Papier hat. Merkt man, ne? Eine Seite gewachsen. So, jetzt gibt es hier einen Trick. Wobei das könnte ja beim Krotfüger ausschmittellosig aussehen, ne? Hast du die aktuelle Tageszeitung auf dem Lack? Ja, das sieht nicht so gut aus. Und du musst es nicht abholen, weil es verklebt sich ja mit dem Lack. Und dann kann sein, dass der Lack hochreißt und sowas. Das sieht schon mal doof aus. Hier habe ich jetzt einen Trick. Das einfach falten. Um den perfekten Kreis zu machen. Das mache ich mit meinen Torten. Na, ging es da. Wie heißt das noch? Ja, das ist jetzt eine Reifentorte. Ja. Quasi das immer wieder falten. Kuchen fern. So. Da braucht man nicht immer einzelne Stücke wie blöd hier rumkleben. Sondern jetzt geht man hier ran. Hält das in die Mitte. Markiert sich das hier so ein bisschen. Macht das ein bisschen größer, weil ich will ja quasi noch ein bisschen abkleben können. Und man reißt das genau an dieser Sicke hier entlang. Man hat quasi gleich zwei Schablonen. Also die könnt ihr doppelt verwenden. Ja, wollte ich gerade sagen. Einmal das Außen und einmal das Innen. Genau. Oftmals hat man das ja, ähm, das was Kreis, also gerade bei Designs oder bei Kunstwerken, hast du ja einmal quasi jetzt den perfekten Kreis. Wichtig ist darauf zu achten, dass man die richtige Papierseite nach ausmacht. Also die gewachsene Seite muss quasi die sein, die nicht saugt. So, entweder haben wir jetzt einmal hier eine schöne Fläche, die man jetzt so festkleben könnte, wenn man irgendwie die Felge sichern will. oder was anderes Kreisfamilie ist. Ja, oder einige wollen ja zum Beispiel nur hier diesen Außenstreifen machen. Genau. Haben wir ja auch oftmals bei Motorrädern oder so gemacht. Dann reißt man ihn so von der Länge. Aber guck mal, jetzt haben wir das hier. Die Karten nehmen wir jetzt mal wieder raus. Halt mal. So, das kann man jetzt mal ankleben. Zack, und schon hat man das mit meiner guten Vorarbeit, ne? Genau. Wo wir uns dann Bombe geschützt. Super gesichert. Ja, jetzt brauchen wir, das geht auch schneller jetzt. Aber jetzt muss man nicht, einmal hat man sauber vorgeklebt. Jetzt kann man hier das... schön rein stoffen. Das ist ja, ist das geil. Weil man es in einem Stück klebt, hat man den Vorteil, man hat nichts, wo es irgendwie durchnebeln könnte oder sowas. Kann man auch in natürlich ein Kleinformat machen, wenn man irgendwelche kreisrunden Rücklichter hat, die man abkleben will. Ja. Also, das richtige Klebeband für Gummireifen, wo Weichmacher drin sind. Dann den perfekten Kreis. Und Vorarbeit kommt mal in einem anderen Video. Aber das haben viele gefragt, wie klebe ich da am besten ab? Oder halt das Kartenspiel. Ja, und also eigentlich ist es ja gar nicht sehr zeitaufwendig, ne? Nö. Das ist ratzfatz und das spart dir halt Zeit. Wenn man das richtige Papier hat, dass es nicht irgendwie noch vollsaut, nochmal perfekt. So, Gummikant abkleben. Eieiei. Da liebe ich ja was, ne? Hast du das? Da haben wir das Stegoband. Das ist manchmal nervig, aber echt super. Weil man baut ja nicht jedes Mal teilweise in die Dichtung verklebt. Das Beste ist natürlich, die Dichtung rauszunehmen. Kommt man aber nicht ran. Teilweise kann man ein Kabel dahinter machen. Aber teilweise ist es so knapp, wenn man ein Kabel... Wir müssen jetzt dahin kommen, dass wir diese Gummiklande quasi abstehen. Weil wenn wir jetzt... Das sieht man oft bei schnellen Verkaufslackierungen. Achtet mal drauf. Teilweise ist noch die Gummikant, die wird lackiert. Der wird so knapp abgeklebt. Da gehen die Leute dann bei. Das sind so diese günstigen, huschi-fuschi Verkaufslackierungen. Und kleben quasi nur das Gummi ab. Und lackieren teilweise das Gummi mit und lackieren dann, wenn sie hier lackieren müssen. Weil hier habe ich gerade gesehen, hier ist eine schöne Delle hier. Ich wollte was sagen. Die hast du da reingemacht. Wieso ich denn jetzt schon wieder? Das weiß ich doch nicht. Wie kommt denn da eine Delle rein? Weiß ich nicht. So ein Vogel überfahren oder so. Na, also das ist die schlechteste Variante, direkt das Gummi abzukleben. Ich kriege die Schuld. Wichtig wäre, damit ein Lack weich ausläuft und nicht eine harte Lackkante ist, muss man das Gummi anheben. Entweder hebt man das Gummi an und packt ein dünnes Kabel darunter, dass das Gummi einfach weglappt. Stimmt, das macht ihr ja auch mit Kabel. Ja, aber wir haben manchmal, hier unten ist es steifer. Also hier kommen wir mit dem Kabel nicht weit. Lass noch ein bisschen Wasser unter. Na, hier bleibt oft Wasser stehen. Also haben wir hier dieses Stegoband. Wir haben hier ein Stegoband. Warum? Weil hier ist ein Steg drin. Wir haben hier eine selbstklebende Seite. Hier haben wir quasi eine doppelte Kunststoffseite, die auch schön reingleitet. Und hier ist eine selbstklebende Beschichtung. Ja, nun zeig das doch. Schneide mal so. Ne, ne, ja. So? Klein, ne, für die Rundung. Genau, für die Rundung. Oder schmaler. Machen wir so ein breites so. Auch so? Das ist jetzt für die gerade Strecke. Das ist wirklich Formelkram. Das ist ja schon eine fiese Ecke. Aber oftmals hat man das, dass halt die Frontscheibe, wenn man das Dach lackieren will, das ist hier so eine Gummilippe, die aufs Dach ragt. Das hat das Auto jetzt nicht. Hier ist es super gemacht. Oder einfach. So, jetzt haben wir hier das Stegoband. Da wollen wir jetzt quasi, muss ich kurz überlegen. Wir müssen ja, wir wollen das Teil lackieren und wollen die Gummilippe quasi ein bisschen wegklappen. Oder das so erreichen, dass wir diese Gummikante nicht abkleben. Und das machen wir, indem wir jetzt, die Klebekante muss nach da, weil wir wollen hier raufkleben. Jetzt schiebe ich das hier so rein. Das ist mal ein bisschen Fummelkram. So, jetzt geht das damit, seht ihr? Jetzt kann ich die schon so anheben, die Leiste, die Gummilippe. Jetzt gehe ich hier hoch am Ansatz. Mach jetzt das Klebeband ab. Muss ein bisschen vorsichtig sein, dass ich nicht wieder rausziehe. So. Und kann jetzt ein bisschen ziehen. Und schon, so wäre jetzt die Gummilippe dran. Und wenn ich jetzt ein bisschen ziehe, öffne ich das. Und der Lacknebel und die Lackkante verschwindet in einem Gummi und wir haben eine saubere Lacknaht. Die man von außen gar nicht sieht, wenn die Gummilippe wieder nach dem Lackieren anliegt. Und wenn man dann von oben auch lackiert, dann... Genau. Haben wir hier eine weiche Kante. Das nennt sich Lasche. Also wir schaffen hier eine Lasche. Und das können wir auch mitten auf der Lackfläche machen. Aber jetzt klebt man die Rundung rein. Da wirst du gleich merken, wenn man zu doll zieht, dann fluppt das wieder raus. Also das ist da echt Fummelkram. Genau, jetzt ganz... Ja, genau. Super. Aber jetzt merkst du, das sieht wahrscheinlich schon zu breit, ne? Weil... Guck mal, jetzt ziehst du so weit, es war jetzt so breit. Dadurch haben die Ecken mitten in die Lackfläche gemacht. Also musst du dafür schmalere Stücke machen. Ja, noch schmaler, ne? So, ich hab dir ja gesehen, eben als es so breit war, haben die Ecken immer auf die Lackfläche gedruckt. Das heißt, ich hab jetzt schmalere Stücke gemacht. Und das ist so das, was hasst der Lackierer. Also das ist wirklich ätzend. Aber wenn man das vernünftig macht, hat man eine saubere Fläche. Jetzt hab ich einen ganz schmalen hier geschnitten. Darf ich auch nicht zudeutzten, aber hier unten ist die Ecke noch an der Lackfläche. Und das ist jetzt die Herausforderung, das so weit zu ziehen, dass es nicht raus fluppt. Das ist wirklich eine ätzende Stecke. Jetzt sieht man schon, jetzt kommt es schon langsam hoch. Deswegen darf man gar nicht so eine riesen Stücke machen unten. Weil oftmals heißt es dann hier ein Teil ausbauen. Dann geht die Dichtung kaputt. Dann kostet so eine Ecke beim Golf zum Beispiel mal eben 500 Euro so eine Scheibe vorne, wenn die kaputt geht bei der Demontage. Und deswegen lieber hier ein bisschen rumspielen. Ja, nur Zeit lassen, ne? Zeit lassen, genau. So, jetzt hab ich so gezogen, dass die Ecke... Sieht jetzt hier nicht schön aus, aber die Ecke ist komplett hochgezogen. Und das machen wir einmal komplett dann hier. Und dann geht man nachher nochmal bei. Und dann machen wir einmal einen breiten Streifen rein. So, dann kann man jetzt hier schön reingehen. Hier ein bisschen vorsichtig. Das Blut noch nicht hängen bleibt. Hier geht die sogar sehr weit hinter. Schon fast zu weit. Also das ist teilweise Christelich Weißblut, aber es ist halt das Ergebnis... Das sollte nicht passieren. Also da hab ich auch schon oftmals die Rollen durch die Gegend gefeuert, weil... Echt, dann bist du grad fertig, klebt das an den Fingern fest. Aber das Ergebnis ist einfach hier das Beste, wenn man das nicht ausbauen kann. So. Davon nicht zu doll ziehen, weil sonst... So wie da, dann flubbt er irgendwann raus. Das sollte man hier schon locker machen. So. Ne, der untere ist schon ein bisschen stramm. Genau. Hier auch nochmal bisschen nachziehen. Und den Rest kann man dann quasi mit Klebeband richten. Dass man hier auch noch das Ganze so ein bisschen verbindet. So. Da ist man auch die Lücken schließt quasi. Und dadurch kriegt das Ganze dann auch ein bisschen Stabilität. So. Komm mal hier flubbt die mir schon wieder raus. Hab ich zur Sorge gezogen eben. Also die Ecke ist wirklich... Herausforderung muss man sich ganz viel Zeit lassen. Oder die Streifen einfach schmaler machen. Ihr habt doch auch, was ihr auch schon öfter gemacht habt, meine Wäscheleine. Mein Wäscheleinband. Genau. Sag dir, ein Kabel dazwischen. Aber oftmals ist es so stramm, da geht das nicht. Hier kann man bei der Tür... Hier würde es aber gehen, ne? Ja. Da kann man ja dranbacken. Hier würde es gehen, ne? Ne. Dann kannst du es... Mach den Finger weg. Da geht es natürlich einfacher. Da kann man einfach beigeben bei der Dichtung, wenn man hier den Holm lackieren will. Da kann man quasi mit Klebeband die einfach runterziehen. Ach ja. Dann klebt man hier drin noch eine Lasche. So. Jetzt ist ja hier ganz viel Platz. Ich muss natürlich aber den Holm abkleben und will da eine weiche Kante haben. Genau. Und da gibt es jetzt wieder... Da habe ich jetzt drei verschiedene Möglichkeiten. Ich simuliere mal das auf der Kante, als wenn die hier unter ist. Weil wir wollen natürlich... Wir haben jetzt die Tür weggehalten. Jetzt müssen wir natürlich auch hier drin abkleben. Hier geht es ganz weit rein. Und ich kann jetzt, wenn ich hier scharf abklebe, habe ich hier eine scharfe Rasiermesser scharfe Klebekante. Das will ich nicht. Also entweder gehe ich bei und mache hier eine Lasche. So. Ich klebe quasi innen drin einmal, dass die Seite jetzt hier klebt. Mach vorsichtig zu. Und ziehe das so ein bisschen runter. Und habe automatisch eine weiche Lackkante. Das ist die selbstgebaute Kante. Dann gibt es eine andere Variante. Das kann kaum noch ein Lackierer. Das ist die Lasche, die es fertig zu kaufen gibt. Das gibt es hier nämlich auch noch. Einmal in Form von... Hast du dir das jetzt irgendwie selber mal ausgedacht? Oder kriegt man das schon in der Leere? Die gibt es noch nicht so lange. Dieses Schaumbann auch. Das ist ein Schaumbann. Das klebt ja auf der einen Seite. Ja, guck mal. Hier ist nur ein Schaum. Da klebt das. Das kann man auch schneiden oder reißen. Das kann man auch hier oben nehmen, was ich eben mit Klebeband gemacht habe. Jetzt kleben wir diese Lasche einfach. Die klebt er selbst. Und kleben sie hier hin. Und automatisch... Wichtig ist immer, dass wir diese Spitze haben. Das heißt, der Lacknebel läuft da quasi flach aus. Wie beim Wattenmeer, ne? Das wird immer flacher und flacher. Und dann hat man die Kante. Die kann man ja schön einmal mit der Hand anköpfen, anschleifen und dann polieren. Da haben wir hier quasi diese... Diese Lasche. Und drückt sich hier dann nochmal... Seht ihr das? Perfekt gegen. Ach, das zusätzlich nochmal mitmachen. Ja, wenn ich die andere Lasche nicht mache. Also wir haben drei verschiedene Arten von Laschen. Die selbstgebaute. Aber was am Schaum nicht so schön ist... Also ich mache den Schaum, benutze ich fast gar nicht. Deswegen ist die Rolle noch so gut wie neu, obwohl ich die schon sehr, sehr lange habe. Der Schaum saugt natürlich den Klarlack auf. Das heißt, du hast nachher so eine ruppelige, harte Kante. Finde ich nicht schön. Deswegen habe ich den Schaum gar nicht gemacht. Jetzt gibt es was Neues. Oder relativ neu. Das ist was Ähnliches. Die ist auch cool. Hier ist ein weicher Schaum. Und hier ist ein etwas dickerer Schaum und ein Klebeband. Und das Klebeband geht nicht bis an den Rand, sondern das ist wieder locker. Ja. Und das ist zum Beispiel für Türen. Jetzt muss ich auch mal kurz überlegen. Genau. Wenn ich jetzt hier die Tür lackieren will, klebe ich das hier rein. Du hast ja alles gemerkt, damit du es selber machen kannst. So. Jetzt habe ich die selbstklebende Seite. Ich kenne da einen guten Lacker. Ja. Und klebe das quasi hier. So. Wenn ich jetzt die Tür zuklappe, klappe das hier weg bis zur Klebekante. Dann habe ich auch wieder eine Lasche. Und das ist sehr cool gerade für so Türen. Das ist doch echt praktisch. Genau. Dann brauche ich auch hier drin nicht mehr abkleben. Sondern das ist quasi ganz viel abkleben. Warum verwenden wir das nicht? Seht ihr das? Das habe ich hier, wenn ich quasi, das wäre jetzt, um das zu lackieren. Oder auch die Tür. Das ist der Türspalt mit einem. Super geil und schnell gesichert. Auch cool. Und jetzt kommt meine, was wäre ich am coolsten, meine selbstgebaute Lasche. Das ist quasi sowas wie der Schaum und das da. Aber selbst gemacht. Und das geht so. Das ersetzt quasi alles den Schaum und sowas. Was man drauf kaufen muss, das kann man alles mit der Klebebandrolle selbst machen. Man klebt es einmal fest, dass es fest ist. Klappt hier das um, je nachdem wie breit man die Lasche haben will. Da lang so meistens, was weiß ich, drei, vier Millimeter. So. Mit dem Finger, ich bin jetzt Linkshänder, jetzt müsst ihr umdenken, halte ich hier einmal gegen, so stürze meine Hand und mache hier eigentlich gar nichts mehr, sondern habe die Finger in dieser Position. Hier klappe ich schon vor und hier mit den Fingern kippe ich das schon vorher quasi an. Also die Finger, die Finger bereiten vor und die drücken das zusammen. Angeber. Kann er. Und wie. Gucken Sie mal alle, ganz erstaunt. Und dann schreiben Sie mal, es gibt da so eine Maschine für. Ja. Kostet auch nur 20, 30 Euro. Ich sage, Maschine, das mache ich jetzt mit der Hand. Ich bin die Maschine. Und jetzt haben wir die Lasche genauso wieder, wie das. Denny. Jetzt habe ich hier quasi wie das Stegoband. Jetzt habe ich eine Seite, die nicht klebt, weil ich die einmal umgeklappt habe und habe dann hier unten die Klebekante. Und jetzt kann ich wieder beigehen und kann anstatt dieses, wo es die unschöne Kante gibt, die auch, wenn da klar drauf ist, hast du auch immer Klebereste, das ist immer total doof. Ja, jetzt habe ich wieder die Lasche, die Klebeseite nach oben und gehe dann quasi so rein. Und habe hier richtig schön eine Lasche, ohne dass ich so einen Schaumabbusse. Man muss natürlich hier alles zukleben. Kann ich zuklappen. Fertig. Und diese Lasche kann man eigentlich überall verwenden. Wenn man zum Beispiel einen Schaden auf dem Kotflügel hat. Oder hier. Oder hier. Hier, auf einer harte Kante. Oder? Ja, jetzt könnten wir. Da ist jetzt hier oben Kratzer. Ich sehe nämlich auch schon, der hatte ja auch schon wieder ein paar Kratzer. Genau, dann lackiert man nicht die ganze Tür. Dann hat man doch. Sondern man bereitet es vor. Schreibt, wie du es kleben musst. Ich würde das jetzt hier auf, genau auf die Linie kleben. Ja, fangen wir erstmal an. Genau, da gibt es jetzt auch schon wieder einen Trick. Ja, ich weiß. Ich habe. Länge. Genau, an der Länge. Ich muss hier anfangen. Ja, aber nimm das ganze Kleewand. Ja, habe ich schon fast. So. Und dann? Einmal hier festmachen. Ja, hab ich. Oh, hat sie hat gelernt. Ja. Und dann ziehe ich das. Nee, komm, jetzt ziehst du falsch. Weil du kannst Kreppband natürlich, je nachdem wie du es anfasst. Aber ich hatte das auch schon in der Hand, ne? Vielleicht ist das deswegen schon eine Welle drin. Ja. Jetzt hängt das hier. Wir wollen auf die Lasche gehen. Warum wollen wir auf die Lasche gehen? Äh, auf die, auf diese Karte. Naja, damit wir hier einen weichen Übergang schaffen können nachher, um zur Tür hin zu polieren. Genau. Wenn wir hier zum Beispiel eine Macke haben, nebeln wir das Blau hier an und lassen den Klarlack ziehen wir komplett durch. Und jetzt haben wir ja wieder, was für einen Effekt haben wir jetzt durch die Lasche? Jetzt haben wir hier eine weiche Kante, wo man schön den Übergang nachher polieren kann. Der Klarlack geht gar nicht mehr so. Das heißt, wir haben eine weiche, auslaufende, ausfeidende Klarlackkante. Weil, wenn wir so ein Linierband nehmen. Oh, das gibt es auch. Habe ich auch neu. Das ist auch cool. Das ist auch wieder ein Linierband. Sieht ihr? Siehst du das? Das ist auch nur in der Mitte Kleber. Ja, das ist das und klein. Das ist jetzt quasi genau das. Kostet aber teuer viel Geld. Aha. Das heißt, das hier ist genau das gleiche. Das klebt nur, siehst du, der erste eineinhalb Millimeter, da schwebt das auch. Also wir haben genau das gleiche. Boah. Haben diese Kante. Aber diese selbstgebaute Lasche ersetzt das genauso. Weil kleben wir mit einem normalen Filmband gerade ab. Scharf ab. Das hier ist ein normales Filmband. Was ich so für meine Flammenlinien und sowas immer nehmen. So ein Filmband wäre jetzt ein Fehler, das zu nehmen, würde ich mal sagen. Weil wir haben eine super scharfe Kante. Das nämlich, das kennt ihr, das kenne ich für meine Flammen immer. Das lässt sich zwar schön flexibel in die Form drücken. Aber wenn ich jetzt hier beigehen würde, ich muss hier wieder das Teil lackieren. Und klebe hier quasi scharf ab. Dann stellt sich der Klarlack ja voll gegen die Kante. Ich habe eine mega Lackkante. Wenn du das dann... Und wenn ich dann schleife, um diese Kante wieder anzupolieren, dass man sie nicht sieht. Na, hier läuft sie ja weich aus, hier läuft sie weich aus. Und das wäre ein Fehler, wenn man so ein Filmband nimmt. Genauso wäre es ein Fehler, wenn man das... Dann, dann schleifst du hier nämlich durch. Dann schleifst du durch und das sieht einfach unschön aus. Und genauso wäre es auch ein Fehler mit Kreppband. Wenn ich Kreppband einfach hier nur gerade abklebe. Wenn ich mit Kreppband hier gerade abklebe. Welchen Effekt haben wir dann, was ich ja vorhin gesagt habe? Kreppband ist ja so von der Struktur. Das heißt, der Klarlack läuft so unregelmäßig immer wieder unter das Kreppband. Und wir haben eine unschöne Kante hier. Ja. Also einmal mit Lasche. Genau. Oberthema, die perfekte Lasche. Gibt es in Schaumform, in einer anderen Schaumform mit einem anderen Kleber nochmal unter. Die selbstgebaute Lasche. Jetzt hier von 3M, dieses neue Zeug. Ist ganz cool. Ist zeitersparend. Ist aber auch sehr steif. Also geht nur auf geraden Flächen. Dann einmal die selbst entstehende Lasche, indem man einmal rumklebt, um das Gummi hier runterzuziehen. Das Stego-Band. Die Spielkarten. Und das normale Kreppband, was du hier hinter gestopft hast. Was haben wir heute gelernt? Dass wir ganz viele Möglichkeiten haben, um zum Ziel zu kommen. Ja. Und ganz viele davon sind falsch. Falsch ist zum Beispiel? Dass man kein Zahlungspapier nehmen sollte. Genau. Weil hier ist es eben ganz wichtig, bei dem Papier, da sollt ihr darauf achten, mit einer Wachsschicht, verklebt, damit das Papier sich nicht vollsaugen kann. Richtig. Und sich mit dem Untergrund verklebt. Dann verschiedene Kleber auf verschiedenen Untergründen. Ja. Auch wichtig, dass die sich nicht vollsaugen. Oder eben halt, ja, Klebereste am Lack, den man dann nicht wieder runterkriegt, erzeugen. Oder schwer oder zeitaufwendig. Ja. Dann haben wir heute vier verschiedene Laschentechniken. Genau. Alle quasi selbstklebend. Die eine selbst gebastelt. Oldschool. Aber halt günstig und superschnell, wenn man es kann. Was macht man mit dem jetzt noch mal? Das ist ein Gewebeband. Das ist eigentlich aus dem Malerbereich. Habe ich mal zum Testen bekommen. Das klebt auch sehr schwach. Aber es hat ein Gewebe drin. Das nehmen Maler teilweise auf, ich glaube sogar auf. Obwohl, hier gibt es auch doll. Das ist sehr stabil. Wie so ein Panzerband ist es stabil, aber hat einen schwächeren Kleber. Klebt auch auf manchen Sachen ganz gut, auf manchen nicht so. Das kommt immer aus dem Untergrund drauf an. Ja. Ah. Also, nächste Felgenlackierung ist gerettet, der Frühjahr kommt. Mal ein Spotrepair machen. Wenn die Männer dann wieder ran an die Kahnsteine fahren, dann können die Frauen diesmal dann die Ausbesserungsarbeit machen. Ist klar. Ja, warum? Ja. So. Welche Lasche hat euch am besten gefallen? Ja. Welche hat dir am besten gefallen? Ja. Also, ich liebe ja deinen Move, ne? So, wir können ja mal eine Challenge draus machen. Wie schnell könnt ihr zwei Meter Lasche selber basteln? Ist euch das zu kompliziert? Schaue ich mal, ob es, wo man diesen kleinen Automaten bekommt. Der ist quasi automatisch umbiegt. Der ist echt cool. Und auch hier mit den Schaumbändern gucke ich mal, wo ihr die bekommen könnt. Ich haue das unten in die Beschreibung rein. Dann könnt ihr es selber machen, ne? Ja. Ich würde sagen, jetzt ist Feierabend. Gut. Hat viel Spaß gemacht. Bis bald. Euer Danny und Vivian. Ansonsten. Zene. Etabler. Sieht ihr aus. Dann.